Und jetzt den Test, ob das funktioniert. Ein FC Luzern Portable Grillbruder! Okay, wie viel? Wie viele Wands für das? Ich brauche den Scheiß. Und der Chat war auch eine Enttäuschung. Jetzt bin ich gerade hessig. Der Scam. Der Scam. Da. Ey, die Sachen werden übrigens alle verloren auf Instagram. Der Winterthouro. Let's go. Der Winterthouro. Fossein Schwinti aus Winterthouro. Jawoll! Ey, FC Luzern hat einen neuen Fanjob. Der FC Luzern hat einen neuen Fanjob. Bro! Ihr habt mich gesprengt, Alter! Ihr habt meine Nachrichten eingegangen. Gesprengt, Bro! Man, Kings. Kings sag ich dazu nur. Kings sag ich dazu nur. Ich glaube, mein Mikrofon ist ein wenig laut eingestellt. Gut, es ist ein wenig leisliger. Bro, das haben wir so viele Leute geschrieben. Der FC Luzern ist zwei Monate lang dran gewesen an dem Fanjob. Rund plus minus. Wir reagieren übrigens auch auf den GZ Zürich Fanjob. Sie haben auch einen neuen Fanjob. Den werden wir uns natürlich auch anschauen. Ähm, dass ich da gerade sehe. Oh Scheisse, was mache ich da wieder für sich? Der Ding ist nicht ganz drauf. Es schneidet auch ein wenig ab. So, so, so. Gut. Also, wenn wir uns auch anschauen, den GZ Zürich Fanjob. Und natürlich den FC Luzern Fanjob. Gut. Und ich würde sagen, wir machen das ein wenig im gleichen Style wie bisher. Wir, ähm, schauen ein wenig das Auftreten an. Produkte, ein wenig Trikots, das und so was. Und geben ein wenig Punkte. Was wir Premiere heute machen werden, ist wir werden auch Sachen kaufen. Ich habe mein Kärtchen nicht da. Aber wir legen jetzt in die Ware und kommen. Und ich kaufe es dann nach dem Stream kaufen. Oder beziehungsweise nach der Reaction kaufen. Ähm, ja. Ich würde sagen, ich bin extrem gespannt. Weil der FC Luzern Fanjob, das ist der schlechteste Fanjob gewesen. Der abgrund der schlechteste Fanjob. Bei weitem. Bei weitem der schlechteste Fanjob. Der ist schockierend gewesen. Falls ihr die Reaction gesehen habt auf den FC Luzern Fanjob. Ich schaue, vielleicht verlinke ich sie da irgendwo. Und sonst gehen einfach schnell bei meinem Account suchen. Ähm, FC Luzern Fanjob Reaction. Und. Es ist der schlechteste Fanjob gewesen. Wie gesagt. Und. Weil. Weil. Sie hatten keinen funktionierenden Shop gehabt. Die Sachen haben nicht richtig funktioniert. Du hast die Sachen nicht richtig anwählen. Ähm. Es hat extrem wenig Auswahl gehabt. Das Design ist eine reine Katastrophe gewesen. Wie die Sachen ausgestellt waren. Monoton. Statisch. Nicht überzeugend. Nicht schön. Wenig Sachen. Also es ist wirklich eine reine Katastrophe gewesen. Und der GT Fanjob. Er hat auch nicht so extrem überzeugt. Letztes Mal. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber. So. Er ist akzeptabel gewesen. Er ist akzeptabel gewesen. Der GT Fanjob. Ähm. Der Start. Ähm. Logo. Babapapa. Tabs. Und. Da haben wir schon zwei. Jetzt würde ich sagen. Freundliche Gesichter. Die uns anschauen. So freundlich. Schauen sie nicht. Sie schauen eher grimmig. Böstere. Aber es ist völlig okay. Er schaut mir gar ein wenig böse an. Macht mir fast ein wenig Angst. Und jetzt. Der Test ob das funktioniert. Bei einem anderen Shop hat der Klick da ja nicht funktioniert. Jawoll. Jawoll. Beruhigt uns wieder. Ähm. So ein wenig. Das sind so 10 Goalies. Okay. Ähm. Ja. Wirkt alles cool. Cool. Aha. Da geht es jetzt nicht mehr weiter. So. Ja. Da haben sie noch drei Slides. Die wir anschauen. Bis jetzt. Alles gut. Schön. Ähm. Gut. Da haben wir ein wenig die Produkte. Wo ich mich richtig richtig drauf freue. Mal schauen ob sie irgendwas haben was es nicht gibt. Mal schauen ob sie irgendwas haben was es nicht gibt. Perfekt. Oh. Oh. Wir schauen sie jetzt nicht so genau an. Bro. Wir schauen sie nachher noch genauer an. Ich will jetzt erst noch so ein wenig. Einen Überblick. Aber. Oh. Da hat mich jetzt schon. Da hat meine Finger schon angefangen. Einen Kribbeldinger. Gut. Wir schauen weiter man. Also. Da hast du Shirts Hoodies nochmal so klein. Da unten. Die Sponsoren. Ottos Naturi. Luzerner Kantonalbank. Eria Marejo. Casino Luzern. Das ist jetzt aber. Ich muss das Mikrofon glaube ich leiser machen. Es überschlägt glaube ich. Casino. Casino Luzern. He. Das gibt jetzt aber einen Shitstorm he. Ihr bewerbt Glücksspiel. He. He. Nein. Spass. Ich liebe Casino. Bewerbt Glücksspiel soviel ihr wollt man. Geht alle ins Casino und ihr Geld verbrutzeln. Oder. Gebt es einfach mir. Gut. Ähm. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir. GC. Geben wir da ein. Hier. Hier hat es einen Chat. Hier hat es einen Chat. Hier hat es einen Chat. GC Fanjob hat es einen Chat. Und mir. Chattet jetzt. Wir. Chattet jetzt. Also. Name. Name. Nein. Jetzt haben wir meine E-Mail. Nein. Wir haben meinen Namen und meine E-Mail. Ich muss es nachher zensieren. Alter. Wieso. Das zensiere ich einfach nachher. Es gibt wieder Arbeit. Es gibt wieder Arbeit. Also. Name. Machen wir. Rüdiger. Ich freue mich. Ist der Chat überhaupt jetzt offen? Der Chat ist doch nicht jetzt offen um die Zeit. Rüdiger. Da gebe ich einfach irgendeine. 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 Gut. Chat starten. Ah. Wir sind wirklich da. Hallo. How are you. Bro wir machen jetzt. Bro wir machen jetzt. Bro wir machen jetzt einfach. Bro wir machen jetzt einfach Kollegen. Wir machen ihn jetzt als Kollegen. Bro. Ich. Bro. Ich hoffe es schreibe zurück. Online. Es ist grün. Zugestellt. Der Chat lebt. Der Chat lebt. Also. Wir schauen jetzt einfach. Bis unser neuer Kollege zurückschreibt. Schauen wir aber weiter. Also. Ähm. Da haben wir. Da haben wir auch so Slides. Die gehen so ein wenig automatisch. Doch man kann es ein wenig anwählen. Auch das übliche mit den Models. Die lachen wenigstens zu klein. Schauen nicht so grimmig wie die. Wie die anderen Models. Gut. Ähm. Da haben wir auch wieder so ein wenig die. Die Sparten. Die. Die. Bereiche quasi. Okay. Ganz nice. Ein individuelles Trikot. Ihr wisst. Es gibt das Trikot. Hat mir am besten gefallen. Wollen wir ein Trikot bestellen. Machen wir jetzt nicht. Machen wir jetzt nicht. Machen wir jetzt nicht. Vielleicht überlege ich es mir noch. Da haben wir auch noch ein wenig eine Vorschau. Ja. Wirkt alles sehr schön. Mir gefällt. Mir gefällt Luzern besser. Mir gefällt das von Luzern besser. Mir gefällt das von Luzern besser. Es wirkt ein wenig farblich aus. Wirkt ein wenig dunkler. Und es wirkt ein wenig nach. Es sieht auch mehr aus. Es sieht auch mehr aus. Das wirkt fast ein wenig zu statisch. Ist zwar auch nicht schlecht. Ist knapp ein Punkt für die Luzerner Seite. Und der GZ Chat. Der überzeugt mich schon. Aber. Are you there? Gut. Wieso schreibe ich eigentlich Englisch? Nein. Wieso schreibe ich Englisch? Bro bin ich voll auf den Kopf gefallen. Sorry. Sorry. Mein Englisch is not good. Is not good. Ich denke. Ich denke wir sollten Schweizerisch reden. Schweizerdeutsch reden. Schweizerdeutsch reden. Schweizerdeutsch reden. Schweizerdeutsch reden. Ah. Dann mach ich wieder. So cancel vom GZ Fanjob. Also. Gut. Highlights. Was heisst Highlights? Ja nein komm. Wir gehen da direkt in die erste Mannschaft. Also nächste. Rubrik. Ein bisschen so Trikotsachen. Trikotsachen. Schauen wir uns an. Erste Rubrik. Und bei Luzern haben wir das normale Trikot. Bro. Es sieht so abgrundtief scheusslich aus. Bro. Auf den Trikots sieht es ja fast schlimmer aus mit dem hoeren Autoszeichen. Bro. Sorry. Es tut mir leid. Aber mich nehmtet mal die Verkaufszahlenwunder von den Super League Trikots. Wette mit dir Luzern ist eins auf dem letzten Platz. Bro. Die Trikots wären hoeren geil. Wäre das Autoszeichen nicht drauf. Aber mit dem Autoszeichen. Real Talk. Ei. Es geht mir nicht in den Kopf. Sorry. Ich bin das abscheulier. Es wäre ein wunderschönes Trikot in das Autoszeichen. Aber wir gehen weiter. Das sieht zum Beispiel schön aus. Das sieht so schön aus. Auch da ist ein Sponsor drauf. Das ist jetzt das Frauentrikot. Auch da ist ein Sponsor drauf. Aber das sieht wirklich wirklich schön aus. Gut. Mehr Laden haben wir mehr. Ja. Der hat so das ganze Kit für Babys. Auch mit dem Autoszeichen. Die wäre früher für Werbung indoktriniert. Gut. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ja. Ist ok. Hat Trikots dabei. Sind. Machen. Klicken wir mal eins an. Ey. Cool gemacht mit der Vorschau. Bro. Ey. Das ist cool. Das ist geil. Das ist geil. Kann man es da jetzt so wenden? Nein doch nicht. Ah. Man kann noch hinzoomen. Ok. Luzern hat einen Big Step nach vorne gemacht. So ist bis jetzt mein Eindruck. Spieler. Wenn du Spieler drauf willst, zahlst du wieder einen 30er. Wenn du individuell den Spieler drauf willst, zahlst du auch noch einen 30er. Liga Badge und 10er. Liga Sponsor und 10er. Also ob es nicht genau Sponsoren schon drauf hätte. Ok. Gut. Ähm. Ja. Wir gehen bei GC. Sorry. Aber ich kann leider nicht so schnell antworten, wie ich dachte. Warte. Ich melde mich so rasch wie möglich bei dir. Ist das jetzt ein Roboter gewesen? Oder was ist das jetzt? Ich check's voll nicht. Ok. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Ich werde warten. Ich werde warten auf dich. Oh. Ist jetzt was passiert? Ah, das hat der Chat mit mir beendet. Nein Mann. Als schlecht. Das hat niemand geschrieben. Aber man checkt gar nicht, dass da niemand da ist. Ich würde ihn als schlecht bewerten. Es tut mir leid. Nein, ich mache jetzt nichts. Also. Wir wollen aber Trikots. Ah, Trikots da. Das GC Trikot. Es sieht einfach geil aus, Mann. Es sieht einfach geil aus. Immer noch mein Lieblings Trikot, Bro. Das GC Trikot. Real Talk. Immer noch mein Lieblings. Auch das. Sieht richtig geil aus. Was ist das? Das Warm Up Shirt. Das muss ich sagen. Richtig geil. Bro, die Shirts sind einfach. Bro. Ich liebe so schlichte, chillige Shirts. Ist eigentlich ein bisschen dunkel da, he? Oder meine ich das nur? Ja. Ähm. Bäh, bäh, bäh. Ja. Sie, sie heben sich jetzt nicht extrem von Luzern ab. Sie haben da noch so gruselige Socken. Gut. Das sind so, so Fussballsocken. Aber. Ja. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich mache es unentschieden. Ich mache in dieser Punkt dafür aber es unentschieden. 2-1. 2-1 für Luzern. Gut. Wir gehen da auch schon weiter. Bekleidig. Streetverse. So etwas Streetverse. Da hat Luzern letztes Mal komplett abgekackt. Da haben sie. Kann man da auch einfach Bekleidung allgemein anschauen. Also. Bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Streetwear. Seht schon mal. Ja. Ganz okay aus. Das wirkt auch einfach so ein bisschen auf. Wie das Ottos Zeichen. Es wirkt auch ein bisschen so aufgelinnt. Ich weiss nicht. Es wirkt einfach so 0815. So einfach das Logo drauf. Gefällt mir nicht. Basic 0815. Gefällt mir nicht. Das hier. Ist für Frauen. Ist äh. Pff. Ja. Jetzt habe ich nicht etwas was ich sage. Mann ich finde geil. Das. Ah. Ganz okay. Poloshirt. Ein bisschen FCL. Ganz okay. Halt mich jetzt nicht um. Das. Es geht auch wieder. Bro. Es geht einfach wie so. Ah. Eben. Es ist. Es ist auch wie so. Komisch aufgeklebt. Aufgedruckt. So. So. Zu grill. Irgendwie. Einfach so unpassend. Es sieht aus. Es sieht einfach so unpassend aus. Es sieht einfach unpassend aus. Irgendwie fehlt so ein bisschen der Übergang. Es fehlt einfach so ein bisschen der Übergang. Es fehlt einfach so ein bisschen der Übergang. Eben. Gut. Und es ist wirklich ein bisschen dunkel geworden. Ah. Ist doch ein bisschen besser. Ah. Gut. Ähm. Wir. Schauen. Weiter. Bei. GC. Was sie so haben. Wow. Okay. Das ist äh. Ist das alles? Okay. Das ist ja fast gar nichts. Das. Bro. Ist das ja ihr Ernst? Die haben doch im alten Job einfach viel viel mehr so Streetwork gehabt. Das ist ja jetzt gar nichts. Das sind ein paar Sachen. So. Und Standard halt. Der ist doch cool. Der ist auch cool. Aber so. Aber Bro. Das sind ja extrem wenig. Ist das wirklich alles? Das kann ja gar nicht sein Bro. Das ist alles. Was habt ihr? Ja das ist. Also. GC Fanjob. Extrem mager. So Streetwork haben es doch viel mehr. Das ist jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Da. Da. Sorry. Das sind beide enttäuschend. Eigentlich müssten beide keinen Punkt bekommen. Aber ich gebe auch wieder beide einen Punkt. Für mich ist das wieder das Unentschieden. Für mich ist das wieder das Unentschieden. Für mich ist das wieder das Unentschieden. Luzern gefällt mir halt nicht so vom Style her. Geht es irgendwie. Hat ein bisschen die cooleren Sachen. Aber so wenig Auswahl. Deswegen machen wir ein flockiges Unentschieden. 3-2. Gut. Wir kommen zu meiner absoluten Lieblingsrubrik. Und ich habe mich. Und dort werde ich auch. Einkaufen. Einkaufen. Wie wild. Und das Kaufsystem dann bewerten. Aber das mache ich dann separat. Accessoires. Accessoires. Seien wir hier. Seien wir ready für Accessoires. Meine absolute Lieblingskategorie. Und. Bitte. Hat es etwas. Bitte hat es etwas. Was wir noch nicht gesehen haben. Was wir nicht kennen. Let's go. Ein FC El Cap. Und. Da. Ein FC Luzern Portable Grill Bruder. Jawoll. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Und. Der ist richtig cool. Der sieht richtig geil aus. Der sieht richtig geil aus. Bro. Der ist so aufgeklappbar. Tag Tag. Ey. Der ist ja richtig geil. Oder? Ist das geiler? Ich habe keine Ahnung wie der funktioniert. Ehrlich gesagt. Ich kenne mich da nicht so aus. Und dann kannst du das Koffer mit tragen. Also den finde ich geil. Den finde ich geil. Der finde ich geil. Der kostet 100 Franken Bro. Für so einen Einweg. Also es ist ja kein Einweggrill. Aber für so einen Portable Grill. Wie reinigst du überhaupt nachher? Also wir haben Händchen. Trinkflaschen. Ein Badtuch. Regenschirm. Händchen. Aber letztes Mal hatten sie auch gute Accessoires. Das weiss ich nicht. Accessoires waren letztes Mal nicht so schlecht. Auch hier 43 Sachen. Der Rucksack ist ja mal an Abscheulichkeiten nicht zu übertreffen. Also das ist ja wirklich ein grossiger Rucksack. Aber gut für Kinder oder so ist es vielleicht noch schön. Ich bin ein wenig farbenfroh. Aber sonst. Äh. Luzern Shell. FC Luzern. FC Luzern steigt auch auf den Pasta Zug auf. Und Bro. Die Pasta. Die gönnen wir uns. In den Warenkorb damit. Pasta. In den Warenkorb. Und mein Mikrofon übersteuern glaube ich immer noch ein bisschen. Weil ich schreibe einfach zu viel. Aber Bro. Wir lassen ihn jetzt. Wir lassen ihn jetzt. FC Luzern Pasta. Da freue ich mich natürlich. Das Duschtuch. Ein Wärmekissen. Okay. Okay. Trinkflasche. Einen Pin. Kannst du dir auch so einen 0815 Bulli kaufen. Und dann das so drauf pinnen. Anstatt dort den Fernschabattikel kaufen. Was haben wir da noch? FC Etui. FC Luzern. Das ist auch eine fette Premiere Bruder. Eine Musikbox. Eine Musikbox am FC Luzern. Ha. Bro. Es gibt schon alles. Eine Musikbox. Das ist aber geil. So für extra Zug und so. Das ist geil. Aber auch ein 100. Hau auch ein 100. Da kommt mir jetzt schon etwas teuer rüber. Aber. Vielleicht ist es eine krasse, qualitative Musikbox. Geh. Wir gehen mal ein wenig weiter. Ähm. Power. Alter. Das ist ein Power Bank. Bro. Jetzt müsst ihr das. Schaut es euch an. Wir klicken drauf. Wir klicken drauf. Das ist ein Power Bank. In Form von einem FC Luzern Trikot. Mit Otto's Logo sogar. Mit Otto's Logo sogar. Und. Zum anstecken. Ausdecken. Die USBC Anschlüsse. Sind einfach da an den Ärmel. Alter. Okay. Okay. Wie viel. Wie viel Wanns für das? Ich bruch den Scheiss. Ich bruch das. 50 Franken Bro. Ey. Die Sachen werden übrigens alle verlosen auf Instagram. Der Winterthurer. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. rein damit. Für Verlosung. Für die Verlosung. Für die Verlosung. Also der hat mich jetzt. 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 Der hat mich jetzt noch weggekauen. Der hat mich weggekauen. Die Power Bank. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Die Power Bank habe ich 0,0 erwartet. Gut. Wir gehen bei Getzen noch bei Accessoires. Es ist wahrscheinlich etwas das gleiche wie letztes Jahr. Deswegen wir schauen es uns nur kurz an. Und. Wir kaufen da das Monopoly Bro. Das haben wir schon wegen letztem. Ich habe es immer noch nicht gekauft. In dem Warenkorb leben. Leben. Im Warenkorb leben. Das Monopoly lebt jetzt im Warenkorb. Gut. Haben wir da drin. Also da Accessoires. Auch wieder ein Punkt. Für den Luzern Fanshop. Also wir sind beim 4 zu 2. 4 zu 2. Gut. Wir schauen nochmal schnell ob es noch andere Sachen gibt. Zum Ansehen. Ich glaube wir haben zu Plus Minus alles gesehen. Einen guten Überblick verschafft. Auch über den neuen GC Fanshop haben wir uns einen guten Überblick verschafft. Da hat es noch so kleine Kids Sachen. Müssen wir nicht so genau anschauen. Also GC Fanshop. Fazit. Streetwear hat es einfach meiner Meinung nach viel viel zu wenig. Also das was ich gesehen habe. Nein da hat sie noch mehr. Nein das ist eben das. Bro willst du mich verarschen? Schau. Ok ok ok. Jetzt müssen wir über etwas reden. Jetzt müssen wir schnell über etwas reden. Die Kids da. Haben Sachen an. Wo es nicht mal in dem Fanshop gibt. Ah doch. Nein es gibt es nicht. Die Sachen gibt es gar nicht in dem Fanshop. Bro die machen. Die haben Fotos wo sie Werbung für Sachen machen. Wo es nicht mal in dem Fanshop gibt. Und der Chat war auch ein enttäuscher. Jetzt bin ich gerade hässig. Bro. Der Scam. Der Scam. Da. 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 Scam. Also. Ich würde sagen. Das ist es gewesen. Luzern. Ihr habt überzeugt. Wirklich. Und. Produkte werden verlassen auf Instagram. Da. Winnertourer. Das ein oder andere Produkt. Weil ich auch noch kleine Reaction darauf machen. Und äh. Ja das wäre es gewesen. Peace out meine Damen und Herren. Winnertourer. Da. Da.